Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Together The Forest. Ja, auch heute bei Marnie und Alina. So, wir sind im Sinkhole angekommen, haben auch jetzt den Bunker erreicht. Äh, ich hab die Karte, sehr schön. Sahara. Ich glaube, ich hör die ganze Zeit so ein Thrombose-Nass hier rumlaufen. Oh, bei mir wird was hier ab. Irgendwas macht hier... Leck. Oh, jetzt geht's wieder. Ich seh rot, wa? Boah, in den Räumen kriegst du ja Platzangst. Guck, mein Katana ist in der Wand. Oh, jetzt Farbe. Farbe? Anmalen. Ich find eher, dein Rock sieht ganz verstörend aus. Ja, merkwürdig. Kletter mal auf. Hallo. Ich will nicht reingucken. Oh, ich hab dir unter den Rock geguckt. Oh. Hier kommst du noch mal wieder. Gibt's da was umsonst? Nehm ich. So. Was haben wir denn da Schönes? Ich will auch gucken. Medizin liegt hier vorne um die Ecke. Und ein paar Knochen. Oh ja, ich brauch unbedingt Medizin. Oh, ein Knochen. Die guten Pillen. Oh, very nice. Kommen Sie, du lauf. Kommen Sie. Ich und meine Maske. Ah ne, jetzt kommt ein neuer Album. Ich und keine Maske. Das ist hier ein Ding. Ich und keine Maske. Ja, nimm mal die Kartons vor. Ich zieh um. Oh, hier. Ja, das ist so die Idee, ne? Hier werden Kinder vermisst. Und hier ist Farbe. Ja, Farbe. Bin ich eigentlich rot? Weil ich sehe meine Hand zu rot, aber das Gesicht ist irgendwie gar nicht rot. Oh, das ist rot. Und wie du rot bist. Guck, echt? Guck bei mir. Ach, aber warum bist du denn nicht so rot? Du bist halt nicht so rot im Gesicht. Er hat den russischen Altskin. Oh, habt ihr hier dieses Ding aufgenommen? Ja. Mit den Mädchen? Okay. Ja, ja. Die Stofffetzen hängen hier. Check. Check. Guck mal, was denn hier schön ist. Ey, was bist denn da am Aufheben? Hier in der Ecke. Tja, holt sich die ganzen Tabletten. Oh, ja. Oh, ja. Ich brauche auch Tabletten. Oh, hier ist noch Stoff. Oh, hier ist alles Stoff. Ja, sehr gut. Stoff. Ja, 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 ja. Very nice. Hallöchen. Oh, ich hoffe, ihr wollt einen Kaffee? Ja, sehr gerne. Wie gibt es was umsonst? Weißt du, ich bin Kaffee-Junkie. Erstmal hier das vergammelte Zeug essen. Oh, ich schlöff erstmal was Wasser hier. Hier, schliwe raus. Dann mache ich mir einen Kaffee. Oh, Molotows, dann mache ich mir doch nicht mal ein paar. Da wollte ich gerade sagen. Lass uns mal so ein bisschen eben basteln. Obwohl, ich habe ein... Ja, ich habe genug, das reicht. Warte, mach mal. Ich habe auch genug. Ich kann das irgendwie, äh... Kann ich gar nicht mehr so viel mitnehmen. Hä? Oh, hier kann man sich ja noch so Getränke ziehen und was. Wie cool. So, mein Problem, wie da ist... Wieso habe ich keinen Stoff, Alter? Ja, ich kann dir noch ein bisschen was geben. Komm mal her. Ja, warte. Liegt hier nicht was rum? Computer kaputt machen. Geht das hier? Ja, nimm die mal. Jackpot. Ja, dann kannst du hier wenigstens schon mal so ein paar machen, weißt du. Ja, dann. Ja, ne. Kann man hier hoch? Ich glaube, wir müssen das aber hoch, wa? Ja, ja, wir müssen da hoch. Warte mal. Hier ist alles... Boah, ich habe immer... ...mal zu vergessen. Hier war nichts mehr, ne? Na, dann ist hier nichts mehr, okay. Dann auf, hier in den Kampf. Alles klar, ich bin oben. Hm? Hier ist eine Zeichnung an der Wand, die sehe ich jetzt zum ersten Mal, ne? Guck mal hier. Oh, die habe ich aber auch noch nie gesehen. Was? Ich kriege den guten Schraubenschlüssel am besten mal mit. Richtig, weil es richtig zimmert, beim Draufhauen. Der Akkuschrauber, den habe ich auch mal. Oh, 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 alter, was ist das denn hier? Was ist der von dem Wald? Ui! Ey, hier waren ja auch noch so ein paar... Bilder und... Ich glaube, es hat man San Miguel, ne? Ja, ich glaube auch. Ist mir irgendwas aufgehoben? Oh, ethisch. Das ist ja wieder für Geim-Code am eintippen, ne? Ey, ich wollte... Ey, ich wollte... Es sind noch neue, die Smilies an der Wand, oder? Ja, irgendwie. Guck mal, hier liegen noch Stofffetzen am Boden, ne? Nimm die immer schön mit. Das hat keine gesehen. Doch, hier, große. Oh. Hier liegt eine Zeitung. Ja, die haben wir schon, die Zeitung. Wo liegt Stoff, ah, hier. Das? Oh nein. Wow, 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 wow. Hier sind... Achtung. ...die Bälgeabteilung. Oh, diese Babys sind so ekelhaft, Alter. Wir müssen mal... Ich zeig euch jetzt mal was. Was ist das denn? Observation Room. Sag mir mal, was das hier ist. Hasi, komm mal schnell gucken. Sag mir mal bitte, was das hier ist. Tatsächlich zum ersten Mal. Was denn? Was ist das denn? Ach, das sind diese neuen Würmer, die jetzt... Die sind doch neu. Neue Gegner. Der ist am Panel. War, guck mal. Ihhh. War? Neue Rollen. Lass den liegen. Aber hier, Temperature, guck mal. Ja? Das Kopf von dem Blach mitgenommen. Leg das Ding weg. Oh, ich glaube, jetzt ist der Rutsch die Klaus, oder? Ja, ja, der kommt gleich. Ja. Hier hast du einen Kopf von deinem Kind wieder. Warte. Ich brauch Molle. Warte, ich muss mal den Bogen lieber in die Hand nehmen, da bin ich besser mit. Oh, der kommt doch nicht. Nein. Gut, dass der hier nicht durchkommt, war? Ist er platt? Oh, ich glaube, der ist schon platt. Ich will nur meine Pfeile wieder haben. Jeder nimmt sich in Schnitzel. Oh, ja. Oh, meine Pfeile. Gefüllt. Ja. Ach, jetzt hat er das Ding wieder ausgeflägt. Oh, was mit dem? Aber guck mal, dem kann man nicht die Haut abziehen. Vor allen Dingen, der ist so gut. Ja, nein, der lag ja schon da, der Sack. Ja, aber das ist doch trotzdem, ist doch egal. Der Dreck, das Arntrecke, die Leatherhaut. Oh, was haben wir denn hier? Wo? Nur so ein Hintereingang, da kannst du irgendwie auch... Wo läufst du da? Warte, ich geh mal auf. Ja, geht ja mal gucken. Ist irgendwas Neues? Stoffwetzen. Wo nehmt ihr euch mit? Ah, guck mal hier. Kannst du in sein Arschloch reingucken. Ja, guck doch mal. Anale Grande oder was? Ja, ja, hier. Kannst du in einen Feuerpfeil rein? Ah. Schließt. Guck mal, der hier. Ah, der denn für... Stoffwetzen auf dem Bett. Was ist das denn? Das ist Fetty McFet-Fet, ey. Guck mal, der hat über alle Augen. Guck dir die Füße an. I'll be watching you. Oh, hier liegt ein Buch. Ah, nee, was ist das? Was ist das? Guck mal hier links. Property of Watman. Ah. Du gehst nicht rein, was ist das? Ekelhaft. Bah, sieht aus wie so Flugzeug, wenn ihr so Essen bringt. Bääääh. Ein Grund weiter, nicht mit dem Flugzeug zu fliegen. Hört ihr das? Was ist das? Ich höre an der Musik. Genau. Hast du eins live an? Weiß nicht. Oder Radio Mallorca. Oh, das ist hier. Oh, hier liegt eine Kassette. Kassette ist gut. Oh, Wasser. Wasser ist zum Beispiel. Hier ist ein Dokument. Hab es? Oh, ja. Der Gerät. Oh, da ist dieses Artefakt. Das muss man dann nachher irgendwie holen kann. Hier ist auch was. Irgendwas eingebrannt. Glas. Das sind diese, glaube ich, diese neuen Artefakte da. Diese, die man jetzt... ...irgendwie sich nach dem... ...Knie holen. Sich auch holen kann. Ja, diese Dinger hier. Oh, hier ist auch noch ins Schreiben hier. Am Drucker hier. Warte, zieh mir noch einen Kaffee. Muss ich gerade sagen. Ich wollte mich nicht gerade hinsetzen. Wasser. Der Kaffee knallt aber. Oh, hier ist ein Neger. Neger? Was ist da? Oh. Hast du jetzt das N-Wort gesagt? Ich dachte... Oh, der sah aus, wenn der Zickel runterhängen hatte, ne? Ein Cannibale. Oh, jetzt hat er aufgehangen. Guck mal. Oh, der hängt aber an einen strammen Nacken. Guck mal. Alter. Schauen wir zu dem rein. Vielleicht von hinten rum. Er lebt noch. Krank geschrieben bis Freitag. Kommt man irgendwie nicht rein. Hier bei mir. Oh, ja. Geht immer vor. Oh, da sind wieder Babys. Baby. Oh, hallo. Wo liegt das hin? Was ist mit euch verkehren? Oh. Alle platt? Guck mal, hier liegt ein Blutkasten. Wie ekelhaft. Oh, hier ist Alkohol. Was ist denn das mitnehmen? Müsst du mal rumschieben. Guck mal. Was ist denn jetzt rum? Ich schenke es für Timmy. Irgendwo noch eins gehört. Oh, warte mal. Mit so viel Medizin ist nix mal grad eins. Ach, guck mal. Hier ist ein Fenster kaputt. Hier können wir weiter. Oh. Ja, das musst du jetzt machen. Hier ist der Gerät. Wir haben Timmy gefunden. Oh Gott, mein Sohn. Ja, aber solche Sachen müsst ihr euch echt mal durch den Kopf gehen lassen. Oh, hier ist noch am Kopierer so ein Schreiben. Alina, Manni. Was denn? Solche Sachen müsst ihr euch echt mal durch den Kopf gehen lassen. Ich glaube, ihr würdet die ganze Insel mal anstecken, warum? Äh, ja. Ja. Gott. Du musst ihn retten. Da werden wir schon jeden Hebel in Bewegung setzen, dass die Kleine wieder lebt. Ihr meint, verleugend, ich hab dein Spielzeug. Ja, ich bin độ Antide. kann ich einer von euch da im reingehen opfere mich kann ich da rein schade aber wir müssen jemand anders suchen kommt ja suchen wir jemand anders und stecken ihn da rein genau los besucht wir brauchen ein frisches fleisch das wasser hier ist einer halten fest denkt daran kinder wir brauchen den lebens hat er sich normalerweise bräuchte den vorschläger mal die aus dem bester deutlich bis die moneta weil da hier nicht kneter aber richtig die arme klar Jackpot? Wo du sein? Was ist das? Alter was ist das denn hier? Mal wie viele Pfeile braucht der noch? Wahrscheinlich so ein Zwischenboss. Ich will jetzt mal voll bis oben hin essen. Lass mal mal eben hier craften so ein paar Bömbchen oder irgendwas. Obwohl man mal allein mit Pfeile und Bogen. Ich habe hier gerade alles Pfeile gecraftet. Hier ist Medizin. Braucht einer Medizin? Irgendjemand von euch scheintot? Nee. Lebt der immer noch oder was? Nee ich habe die doch. Ist doch alles gut. Hier drin. Das sind nackte blutige Füße. Oh. Okay. Die sind aber auch neu oder? Nee nee das sind doch die Füße von dieser Regen. Ja. Oh boy Alter. Der Raum ist majestätisch. Guck mal runter rechts. Sind wir da vorbeigelaufen? Geil ne? Wow. Das sieht so geil aus ey. Das sieht mega aus. Das sieht mega aus. Das ist so ein Observer Raum war? Cool ne? Ja. Ja wer sitzt denn da? Fleisch. Guck mal jetzt mal mein Ruck. Lass das arme Kind in Ruhe. Was habe ich unter dem Ruck? Ih, er hat zwar hingekotzt oder gepinkelt. Oh Gott. Oh boy. Kannst du mal das Kind in Ruhe lassen? Ich geh los. Die Zunge. Was aus dem Maul rauskommt? Holla. Was auch los ey. Mann. Hilfe. Hilfe. Das ist aber ein Klatsch hier dringend. Boah haut der aus ey. Ja. Ich glaube ich hab's verärgert. Boah. Glück gehabt. Ah jo. Der macht den tasmanischen Teufel. Aufbauen. Ja. Ich hab's verärgert. Hart. Vollʻat. Der verdammt. Oh. Hättest du gut von jetzt nicht weiter geboren, ne? Ja. Etwas. Er hat auf jeden Fall beide gefordert. Warte noch mal. Ohh. Oh. Hey, jetzt bewegt es sich auf einmal ein bisschen schneller und noch mehr. Ich liege, ich liege. Der hat den Krall Zulfika gemacht und hat mich dann direkt weggelissen. Warte, warte, wir kommen dich holen. Ja, lenkt ihn ab, ich geh ihn holen. Okay, laden, laden, laden. Ja, der ist laden. Wuh! Fäck. Wuh! Wuh! Mist. Boah, schuss das ja an. So, meine Munition ist alle, was kommen wir jetzt nehmen? Ne, Molotov. Hast du noch die Navi oder sonst? Ich glaub ja. Ja. Ja, der müsste aber ganz klar sein, der bringt ihn schon an. Wuh! 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 Was war das denn jetzt? Der tasmanische Teufel, der war das. Heb auf, ich leck ab! Wuh! Wuh! Jetzt kannst du, jetzt kannst du! Warte, was ist denn hier fest? Wir holen, wir holen, wir holen. Boah, danke, ich muss das mal aufhauen, aufhauen, aufhauen. Leck ihn ab, leck ihn ab. Scheiße, scheiße. Kann der Support helfen, warte. Ich hab ja ein bisschen Zeit. Ich hab ja noch Zeit. So, komm, komm, komm. Das war jetzt klappen. Hey, lass mich hier rüber. Sollen wir den hier rüber locken? Wir könnten hier in die Ecke. Das wird gerade richtig schwer, ne? Dreimal drücktes Feierabend. Ich hab gleich keine Munition mehr. Treff den gar nicht. Das war schon der erste Feierabend. Der lock den mal hier hoch. Wir mussten den in so eine Kante hineinlocken am besten, wa? Ja, deswegen, glaub ich den mal hier hoch. Dann soll man sich hier in die Ecke, oder? Wo hat der denn da hinten? Oh nein! Oh nein! Sehr schön. Nur die Belger plappen. Hier. Fremst du? Fremst du? Fremst du? Fremst du? Fremst du? Ah! Und das macht hier richtig Randale, ne? Ja, das sind die Nervenen. Von denen die Strukt nur ein bisschen. Das ist noch ein Baby. Ich tue schon mal zurück, ja? Ja, ja, klar. Wir machen gerade mal hier noch die, äh... Alles gut. Ausgeburten. Kommt da gleich einfach nach, ja? Von dem Platt, ja. Aber keine Energie mehr. Ich muss gerade mal aufladen. Keine Zeit verlieren. Keine Zeit verlieren. Ich muss ja erstmal ne Runde aufs Ohr hauen können hier, ne? Ich wollte den auch gerade mitnehmen. Das hat nicht so ganz Sinn. Ich muss mal ein Sodatrinken. Ich war lieb'ne Karte jetzt ganz offen. Administrationskarte, wa? Oh! Das hat das Ding jetzt wieder ausgespuckt hier, oder wat? So, wo müssen wir denn dafür lang? Hier! Ah! Second Artifakt. Second Artifakt. Mach ob die Butze. What the fuck? Haben wir jetzt alle unser Ding dagegen gehalten? Ja, ne, geht schon. Ich muss grad schon sagen. War ein Fehler an sich. So. Oh! Ihr lauft falsch. Ja, ich merk's grad. Wieiii! 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 So. Ob ich denn hier irgendwo noch Dynamit oder so? Puh! Was sind wir denn hier? Äh, irgendwie nicht. Kommt genau richtig. So, meine Freunde, leider änderungsspielst du nach heute wieder. Wir sehen uns mal in der nächsten Folge von Let's Play Together The Forest. Es bleibt spannend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.